so wir machen jetzt los 3 2 1 ab geht der peter ich habe gar keine zeit mehr so viel zu malen scheiße jetzt wird es komisch ich glaube von ihr hat meint ist einfach so am boden ganz ich kann es nicht ganz ich kann es nicht ich schaff es nicht mehr bei mir sind sieben wörter mein mikro war die ganze zeit aus deswegen warst du so gesprächsarm ja hatte ich gar nicht von dir da ist fertig oder Da ist ein Retschreibfehler drin. So, okay. Ja. So, soll ich das malen? Ah, ich wollte das auch gerade eben nicht. Stell dir mal vor, Funny Boy, du hättest einfach meins bekommen. Ich meine, bei mir war sogar Funny Boy mit drin. Ich habe die ganze Zeit nur Sachen mit Funny Boy tatsächlich. Meins ist tatsächlich ein bisschen witzig. Ich weiß nicht, ob das Team überhaupt vier Beine hat. Es kann sein, dass du mich hast, also meins ist. Wie malt man einen? Achso, ja stimmt. Wie malt man einen Quallenkopf? Okay, in Ordnung, du. Ja, klar. Fertig. Man kann das Gar-Tick-Form-Zeichen da hinten weg machen, nur mal so zu Info. Hattest du mal drauf? Alles gut, wir machen gerne Werbung für Gar-Tick-Form. Hattest du ein bisschen weggemacht bei mir. Alter, wer meins kommt, der weiß wirklich nicht. Der weiß wirklich gar nicht. Oh Mann, ich habe nicht in Musik aufgepasst. Wie malt man das denn? Genauso wie ich. Genauso wie ich. Ich habe auch nie in Musik mit aufgepasst. Obwohl ich Gutschnoten da drinnen geschrieben habe. Ich hatte ein Jahr Musik tatsächlich in der Grundschule. Nö, ich auch. Ich habe Dings direkt abgewählt. Musik. Ich musste nie mal, dass man Musik abwählen kann. Nö, ich auch nicht. Nö, Dings, ich hatte einfach nur drei Jahre. Ich hatte nur von der zweiten bis zur vierten. Ja, und jetzt ist es schon mit der Früh durch. Also besser kann man es nicht zeichnen. Aber ich das sage, dann heißt das schon was. Also meins kann man aber auch nicht besser zeichnen, das ist so gut gemacht. Meins auch. Das sind alle überzeugt von sich, perfekt. Oh fuck, Hautfarbe. Hautfarbe, das heißt pink, nicht hausfarbe. Hautfarbe. 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 Hautfarbe, wer kennt sie nicht? Meine Beschreibung beste. Meine auch. Keine Ahnung, ruhig Du? Nein, ich wollte noch was. Ach komm ey. Wer ist Armin? Wir haben immer weniger Zeit, ne? So war das doch, oder? Armin ist eine Anmi-Figur aus Attack on Titan. Ach so, stimmt. Armin ist ein scheiß Name. Arminar. Folien. Ich hab nicht mal andere Ahnung, wie es... Nein! ...gemalt wird. Nein! Hier, nix spoilern. Wart man das, wenn die Machenstimmung kommt? Ja. Dann würd ich mich einfach... Äh... Hello... Vlog... ...sin... ...ha... Hello. Nein, jetzt bleib hinten weg. Das ist das Fred gewesen. Du gehörst zu uns! Ist das klar? Einer hast du... Eh, thank you for the follow and nice to meet you too. Ich kann das nicht besser, was sonst... Äh, das letzte Runde, ne? Ja. Ihr werdet ähm... ...sagen, dass ich hier schon ziemlich gut war jetzt in der Runde. Boah, bitte, hast du nicht meins bekommen? Ich musste drei Bilder mit Funi-Boys zeichnen. So viel kann ich schon was sagen. Boah, stimmt. Okay. Hast du in der ersten... Hast du in der... Beim ersten Bild was mit Polizist? Ne. Ne. Das ist für meins gewesen. Also ein Polizist ist bei mir auf jeden Fall gar nicht durchgekommen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich wusste, dass das von da kommt, ne? Ah, Laser Luca ist rausgeflogen. Laser Luca ist rausgeflogen. Ah, das hatte ich Armin-Fuchs. Ach so! Dann hab ich Armin gezeichnet! Der Fuchs ist aber geil. Ja, der Fuchs ist geil. Wow. Und dann kam ich. Ich hab'n Fuchs einfach mal gezeichnet. Junge, was ist das? Ne, wer ist Fuchs. Ich wusste... Ich wusste nicht, wer Armin ist. Deswegen. Ja, Kevin ist Armin jetzt ab sofort. Ja, Kevin ist Armin jetzt ab sofort. Das sind echt die Armin und Fuchs. Das hast du nicht! Das hast du nicht! Das hast du nicht! Oh nein! Oh nein! Hey Mori! Danke für dein Follow! Eine Banane fällt von einem Baum und eine Sonne. Moment! Jetzt war ganz wichtig! Da fehlt ein ganz wichtiger Faktor schon im ersten Bild! Und jetzt kommt's! Genau! Ein Bild in deinem Ohr! Wow! Ach so! Ach so! Dann hatte ich das dann noch! Ne, hä? Das hatte ich gar nicht! Hallo Mori! Ganz ehrlich! Im ersten Bild, da fehlt schon das Wichtigste mit der Banane! Ich hab' eine Banane in mein Ohr! Soll ich weiter machen? Ja! Stech' eine Banane in mein Ohr! Stech' eine Banane in mein Lieblingsohr! So! Hinein! Wie kann man mitspielen? Wir sind gleich mit der Runde durch! Dann können wir den Link gleich noch mal reinschicken! Okay! Ich weiß! Ich weiß, was daraus geworden ist! Alleine das war auch Fuli! Ach so, das steht Fuli! Oh nein! Oh nein! Das sollte jetzt nicht so viel sein! Oh nein! Ach so! Das hatte ich! Eigentlich sollte es oben Pizza heißen! Ja! Das ging nicht mehr! Nee! Das hatte ich gar nicht! Aber Party kam raus! Das war da das Party! Das konnte man erleben! Ja! Grüner Alien mit riesen Körper macht dick Party à la oben Pizza! Das ist eine Disco-Kugel! Das sieht man doch! Alter! Ich erkenne sie nicht! Die Disco-Kugel mit grün, rot und orange drin! Hä? Das geht echt! Das gibt's aber echt! Nächste! Willst du mal in mein Zimmer gucken? Ja, okay! Nächste! 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 Bitte! Wollte ich jetzt gleich anschreien, ne? Halt! Stopp! Ajax, Angst! Das habe ich gar nicht verstanden! Ja, und ich verstehe das nicht! Und da habe ich ein perfektes Beschrieben habe ich das Bild! Hab keine Ahnung, was das Lenn und irgendwas mit AMS. Amsterdam hat nicht mehr gelangt. KA, ein Boy guckt auf AMS und Sonne. What the fuck? Lenn der Luca auch einfach... Ach nee, Lenn der Luca ist ja rausgeflogen. Ja, leider scheiße. KA, ein Boy guckt auf AMS und Sonne. Aber, Chatter, sag ehrlich, hab ich doch gut gezeichnet. Du hattest keine Ahnung. Ja, ja, hast du. Ach du Scheiße. Ich konnte Killu auch nicht so ganz... Warum hast du da einen Sarg in der Hand, Shadow? Warum hast du da einen Sarg in der Hand? Jorgen, das sollte ein fetter Stift sein, glaube ich. Jorgen, was habt ihr mit mir gemacht? Ich mal viele bunte Triche. Können wir mal wieder auf diesen Quallenkopf eingehen? Bei diesem Gemälde, ey. Ich hab Smarties gemalt. Keines Smarties, Da steht keines Smarties. Das müssen jetzt Blutflecken da unten, oder? Muss ich machen. Muss ich machen. Aber da kommt ja noch eine Runde. Löll. Das geht aber... Wie findet ihr, wie ich mein Profilbild versucht hab nachzumalen? Oh my god. Was ist da mal denn ausgekommen, Alter? Was habt ihr mit mir? Ich war zum Goblin, by the way. Ich bin zwei Goblins und Dinosaurier. Ich finde meine Dinos super. Das ist also... Dankeschön für die Kunst. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.